Die Radiologie betroffen ist, erfuhren wir, vom Geschäftsführer des Radiologischen Zentrums Mannsverderland-Salzland, Diplom-Mediziner Dietmar Handrow. Wir sind hier im Radiologischen Zentrum in Hettstedt. Mein Name ist Dietmar Handrow. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Radiologie. Zunächst möchte ich Ihnen für das neue Jahr 2023 alles Gute wünschen. Wie Ihnen sicherlich nicht entgangen ist, hat es mit Anfang des Jahres in der ärztlichen Versorgung bzw. in der medizinischen Versorgung einschneidende Änderungen gegeben. Die Akutversorgung im Klinikum in Hettstedt wurde eingestellt. Dadurch ist eine Versorgung vor allem von Unfallpatienten und Akuterkrankten in Hettstedt nicht mehr möglich. Über jetzt 25 Jahre sind wir als Radiologen hier in Hettstedt sowohl für die ambulanten als auch stationären Patienten für die Versorgung vor Ort gewesen und haben die Patienten im Krankenhaus, aber auch in den Praxisstandorten betreut. Die Versorgung im Krankenhaus, insbesondere auch für die Rettungsstellenpatienten, fällt jetzt durch die Schließung der Notaufnahme auch für radiologische Leistungen weg. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir auch weiterhin in den nächsten Jahren für die Vertragsärzteversorgung, also im niedergelassenen Bereich, weiterhin für Sie zur Verfügung stehen. Von Montag bis Freitag haben wir zu unseren Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 16.00 bzw. 17.00 Uhr für Sie geöffnet. Die einzelnen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte den Auftritten der Praxis bzw. halten Sie über Ihre betreuenden Haus- bzw. Fachärzte. Ich möchte also nochmals betonen, dass wir weiterhin für Sie mit radiologischen Leistungen, das heißt CT-Untersuchungen, MRT-Untersuchungen, Röntgenuntersuchungen und Mammographien für Sie zur Verfügung stehen und wollen auch weiterhin durch kompetente, qualitätsgerechte Diagnostik Ihnen als Partner bei gesundheitlichen Verfragen zur Verfügung stehen.